Moin Moin und herzlich Willkommen zurück. Mein Name ist Thierry und jetzt geht es weiter mit RimWorld. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge haben wir schon mal angefangen zu planen. Sprich, hier oben wird unser Schlafplatz werden. Wir benötigen bloß vier Räume, weil wir haben ein Liebespaar und zwar Kunen mit Cindy. Richtig? Richtig. Die teilen sich ein Räumchen. So, soweit, so gut. Der Tag beginnt in wenigen Sekunden jetzt. Okay, so, ich reiche. Ah, okay. Das ist blöd. Das ist sogar sehr blöd. Okay. Fein, 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 fein. Aber das baue ich nochmal um. Das gefällt mir noch nicht so wirklich. So, das machen wir ein bisschen schneller. Ja, unser Ziel ist jetzt erstmal, dass die Räume fertig gemacht werden. Ja, das ist die erste Forschung. Wird gerade auch erforscht. Und zwar Tradition. Ja, braucht man nicht so wirklich. Aber mein Ziel ist es. Hier, das möchte ich gerne haben. Es werden Bücherregalen freigeschaltet. Dadurch erhöht das Geschwindigkeit des Erforschens. Desto schneller, ne? Desto mehr Bücherregale sind, desto schneller kann man erforschen. Das ist nur zum Vorteil für uns. So. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt sowas haben. Naja. 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 Das dauert alles seine Zeit, ne? So. Das wollte ich hier noch machen. Dann wollte ich noch ein Kabel hier bauen. Sehr schön. Na, Cindy. Wie ist's? Ja, Forschungsgeschwindigkeit 950. Ach. Ach Gott. Ne, war doch richtig. Alles gut. Das sollte mal bitte weggebracht werden. Das Bett soll bitte einmal umgestellt werden. Ist mir erstmal egal dahin. Ein Bett, ein Stuhl kommt dahin. Wir haben Marmor. Von mir aus keine Marmor. Oder? Was ist das hier? Marmor, ne? Ja. Machen wir alles, was Marmor. Marmor. So soll es erstmal etichs herstellen. Wir können zwar hier so machen, aber mach ich nicht. Möchte es gerne selbst Kontrolle haben. So. Relo baut alles. Ne. Relo. Machst du nicht mal erstmal die Stühle bauen? Ne. So. Stopp bitte. Relo. Du baut mal bitte, ja. Jetzt bist du dran. Oh, wir haben eine Besuchergruppe. Ihr könnt euch da euch frei bewegen. So, Marmorblecke haben wir hier. Den können wir hier einmal aus. Lass mal alles abbauen. Das wäre super. Ja. So, nein. Strukturen brauchen wir. Und zwar Marmor. Sehr schön. Obwohl du brauchst hier erstmal nicht. Super auf. So, wer ist für Handwerker zuständig? Dann fülle ich. Machen wir bitte eins, machen wir so zwei. So, S-Forschussung ist fertig. Möchte gerne. Modernisieren. Nein, sondern das hier. Ihr wisst. Gerne. Elektrische Lampen. Merken wir. Okay. Könnten wir uns auch mal angucken. Uns irgendwann mal anschauen. Aber nicht jetzt. Ich möchte jetzt gerne das zuerst haben. So. Zwei, drei. Vier. Und das kann recht. Genau. Das war eine Tür. So. Ich darf die Uhrzeit nicht ausaugen. Ne. Nicht vergessen. So. Jetzt schlafen alle. Kann man mit ihnen handeln? Nö. Die sind nur reine Besucher. Okay. Oh. So ein Präzisionsgewehr ist gar nicht so schlecht. Okay. Gut. Ja. Tag ist wieder vorbei. Geht schneller als man denkt. Wir könnten ja nun mal eine Lampe hier herstellen. Das erhöht dann diese Fortschrittsgeschwindigkeit auch. So. Soweit so gut. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Ne. Ich hatte ja gesagt eine Folge dauert genau 24 Stunden. 24 Stunden sind rum. Dann. Dritter Tag ist vorbei. Oder zweiter Tag ist vorbei. Nein. Dritter Tag. Dritter Tag. Zweiter Tag. Ach egal. Ja. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du in die nächste Folge wieder einschaltest. Also. Ja. Bis dahin. Bye. Bye.